Ich bin Katharina Svitlitschner. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Vasselkiewka. Meine Familie ist groß. Mein Mann und unsere drei Töchter. Ich arbeite viel. Manchmal zu viel. Aber ich habe eine interessante Arbeit. Ich bin sportlich. In Summe laufe ich im Stadion und fahre Rad. Ich gehe oft ins Kino, meistens in amerikanische Filme. Meine Familie sind für mich sehr wichtig. Im Herbst gehen wir in den Wald, um Pilze zu sammeln. Im Sommer gehen wir im Fluss schwimmen. Großfamilie ist cool.